Nein, doch nicht. Das ist eh weiter! Das war der Ace! Das war der Ace, Jungs! Das war der Ace! Letzter verbleibender Gegner. Sprengladung ist angebacht. Es geht gleich los. Er fällt runter! Ich hab's nur gesehen, rechts und er fällt endlich runter. Ich hab nur irgendwas gesehen, was da runter gefallen ist. Ja, ja, deswegen. Ich dachte, er ist so... Spann mal live. Hä? Das ist viel zu sehen, der hat doch ganz woanders reingefused. Als ob, das glaubst du nicht! Da ist er ja! Da ist er ja! Oh... Eiersuche... Und Schoko-Ousser-Hasen. Ich nehm den Schoko-Ousser-Hasen. Loll! Ich hätt's mal eben sehen sollen. Hätte ich das eben während der Runde gemacht, das wär lustig gewesen. Ich war einfach grad an unsichtbare Wand Fuse ran gemacht. Nehme Jacket, das ist so OP, Alter. Ich hab die so auf Platt die Gegner. Boah! Boah! Das tut doch weh, Junge! Rache! Süß! Ich habe ein neues Magazin! Und würde am besten Kalt serviert! Granate, Jungs! Granate! Schützt dich! In Deckung! Dam 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 dam! Der ist krank, der Junge! Der rastet raus! Was? Das fallen mir auch. Aber der ist schon eingesetzt. Schnell zerstören, bevor sie kommen! Boah, ich stehe ja voll offen. Oh, das ist schon der dritte. Nein, ich bin einfach nur krank. Bestel. Bestel. Wo ist der hier? Wo ist der hier? Wo ist der hier? Irgendwo ist doch hier eine Drohne! Ich höre die Drohne! J� mouth that, Psy! Wổn! Wer ist der Gott? Der viele neben dreht es andern ist, der dessen Ding aber... der liegt locker und hinterlegt und welches fenster die die nur durch und dritt für jetzt mal behaupten ein sehr natürlich angeben oder das war nicht so um Leben zu verlieren nur durch die erste Leben verloren aber muss ja keiner wissen. Wie soll ich nur 4 Kills? Warum habe ich nur 4 Kills? Weil du draußen nicht gestorben bist. Ernsthaft jetzt? Das war ein Ace. Wir halten fest, es war einfach ein Ace. Es war ein Ace. Es war ein Ace. Es war ein Ace. Es zählt nicht. Lass mich doch glauben, dass es ein Ace war. Okay. Ein Erfolgserlebnis. Gönn mir es doch einfach. Nein, war kein Ace. Okay, wer auch immer hinter mir war, der hat das echt gut gemacht, den Job. Warum ist die Sicherung beendet? Kill ihn. Kill mit der Twitch-Runde. Ich werde nicht Twitch. Oh, das ist der gar nicht. Weiß ich nicht, wie wir... Was ne Scheiße. Hütter Chanka. Auf mal rennen. Nein, ey! Ey, du blöder... Boah, du Pisser. Haben wir da Flickflack, du Hurensohn. Ich weiß, wie schlimm das fähig ist. Oh mein Gott, der ist von mir drinne. Loil! Ich habe ihn abgeworfen mit meiner Drohne. Da kommt noch einer rein. WTF? Der ist nicht drinne. Den hast du geholt, oder? Hast du den geholt? Oh, ne. Beide sind gedowned. Finn, komm hoch, komm hoch. Beide sind gedowned. Wie, beide sind gleichzeitig gedowned? Ja. Ernsthaft jetzt? Wenn die Runde startet, ist die Runde vorbei. Finn, behal dich. Oh mein Gott. Welche Etage? Ja, ganz oben. Wo ich markiert habe. Ach, du Scheiße. Du schaffst es nicht. Einer noch. Du kriegst ihn. Du kriegst ihn. Die Körper nicht. Nein! Nein! Ja, Mann. Oh, zuck, zuck. Flick, flack mit Salto. Guck diesen Kill an. Wenn du sagst, was jetzt nicht lustig ist in Locker. Das war ja nicht lustig. Das war einfach behämmer. Doch, irgendwie schon. Nein. Absolut nicht. Ja, deine Blaze ist auch ein bisschen crazy. Du Körnchen, guck dir das mal an jetzt. Eliminiert. Mission erfolgreich. Jetzt. Wie so ein Flughörnchen, Alice. What the fuck, ey. Das sah ja komplett geil aus. Das war nicht. Ich glaube, ich glaube, ich bin frei. 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 Loll. Händen, wo ist denn? Rechts, Finn. Mann, Alter. Scheiß, Fickfuck. ich bin im raum ganz links in dieser ecke das hier kann hier könnte es hier rein glaube ich die halte schon so hatte ich schon komplett angeht ich komplett angeschossen sind wenn eine einzige zurück zurück du kannst die wand dadurch schießt sich verstärkt er könnte sie haben er ist da ja linke wand ich glaube er hat sich bewegt bin ich sicher auch dass die geile einfach nicht die linke waren falls dead call der dreck verkürtet ich glaube ich nicht nicht anders belastend oben seiner finja um seiner wo heißt in oben ja da wird drunter gesprungen ist ja da ja da ist noch einer ich kenne hier oh da ist er noch um es offen oh mein gott es kommt er von oben ich habe einen drop er läuft es nicht komplett auseinandergenommen das heißt hier gibt es nicht mehr gehört es hält echt so und er sagt warum nimmt er denn mir ich will doppeln das wird machen ich habe noch nicht passiert oh mein gott ich habe erst so noch geholt oh mein gott wird lasten ist das der gegner versucht nicht mehr den behälter die gegner sichern den bio gefahrgut behälter von der sicherung des bio gefahrgut behälter abhalten versucht nicht mehr den behälter zu sichern weiter um zugriff auf den nach andreas hätte ich besser machen können hätte ich besser machen können ein operator des eigenen trupps verbleibt die gegner verbleibt das war jetzt mal eine komische runde erfolgreiche mission des eigenen trupps die gegner verbleibt das bockt doch einfach komplett ich verstehe es nicht die haben es halt echt nicht gehofft oh das ist ein schild hände waschen das ist das ich mache hier aus spielen wir gerade nicht mehr ich habe hier so random eben gespielt und hol ihn trotzdem Hilfe oh hier Paris er seilt sich jetzt hier runter oder doch der seilt sich locker easy runter bitte replay schiedsrichter ja ja blöch ja 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 hallo ich war verdrohene war verdrohene vorfaller von draußen also ich bin es war theoretisch noch zwei runden die eine runde verlieren ich hab probleme in meinen köpfen wo ist denn hier der jäger wo ist er denn ja jetzt nix mich an Ah, wer ist denn da? Was ist denn? Habe ich ja gerade von uns gesehen? Echt? Der Laserfuck Den ist ja da. Nicht oben. Aufhöhlich. Ich bin ein bisschen kurz da. Das ist echt, keine Ahnung. Nee, kurz für acht. Toller Witz. Wo ist denn der Chef? Oh! Na halt, ich glaube, ich bin gerade fast ein A's, oder? Wir kommen jetzt rein! Leg den D-Fußer. Mann, ich hasse diese Pistole, Leute. Was hab ich denn? Was ist denn das? Richtig A's. Der ist hier. Nee, da rechts steht. Ich bin da. Ab und dort. Ich bin der kommt andere, Leute. Das war... Glant die Bombe, Alter. Ja, der kann doch da wieder hochkommen. Ja, dann glant die Bombe. Nein, doch nicht. Das war der Ace! Das war der Ace, Jungs! Das war der Ace! Du musst doch ein bisschen ausrasten! Du musst doch ein bisschen ausrasten! Oh! Wow! Er kommt wieder und deswegen gewinnen wir jetzt! Juhu! Weitere Zugriff auf den Bio-Gefahrgutbehälter! Zeit läuft in 10 Sekunden ab! Letzter verbleibende Operator des eigenen Fuß! 5 Sekunden noch! Du wirst nicht falsch, wenn du in dieser Zone bleibst! Du bist aufgeflogen! Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern! Weitere Zugriff auf den Bio-Gefahrgutbehälter zu sichern! Oh mein Gott, als ob! Ich hab ihn gar nicht gesehen, ey! Ich dachte die ganze Zeit, er kommt locker gleich von hinter mir! Ah, das ist ja! Leute! Er schießt durch die Wand für mich über das Teil! Ey, nice! Lachen wir uns mal wieder das Game gewonnen haben! Als ob wir wegen deiner Frostfalle das Game gewonnen haben! Ich dachte die ganze Zeit so, scheiße, wo kommt er? Ich hab mich extra in das Bett gelegt, weil ich dachte, der kommt locker gleich auch noch hinter mir und fuck mich da ab, ne? Ey, als offizie! Ich hab mich ihmcart Distanz! DIS Papa Bretuer, wkarbelgelder Himmel! Jetzt, was realmente dannequetig einfach! Ich denke, dann haben wir ihn durch! Wenn alles vollkommen, 있